Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Banished, hier in meiner letzten Folge heute. Das begründe ich damit, dass ich einfach irgendwie keine Lust mehr an diesem Spiel habe. Und zweitens hat man ja vor allem in der letzten Folge gesehen, dass wir tief im Problemmangel hocken und ich da eigentlich keinen Bock so richtig habe, da rauszukommen, weil ich mir denke, das werde ich eh nicht schaffen. Dafür kommt aber in nächster Zeit ein neues Let's Play Together raus. Ja, von einem Spiel, was ihr wahrscheinlich oder fast alle von euch kennen. Ich werde es noch nicht sagen, welches es ist, aber ich wette, ihr wisst es, glaube ich, was da kommt. Naja, also das war es dann jetzt erstmal mit Banished. Vielleicht, aber nur ganz vielleicht spiele ich es irgendwann mal wieder nochmal und versuche es ein zweites Mal. Naja, bis dahin, habt eine schöne Zeit, macht's gut, ciao!